Ja, das ist Siegfried. Das ist Joy. Und zusammen sind wir Siegfried und Joy. Ja, keine Angst, wir sind nicht lustig. Nein, wir sind Zauberer. Ja, und Joy wird sich jetzt seine Augen verbinden, sodass Joy nicht mehr in der Lage ist, auch nur irgendwas zu erkennen. Du, wie heißt du? Richtig. Lena, ich spüre, die Vibes sind gut. Lena, wir sind bereit für den Magic Moment. Lena Joy wird jetzt deine Gedanken lesen. Ich bitte dich, Lena, denk an eine Zahl zwischen 1 und 5. Irgendeine Zahl, okay. Geh tief in dich. Lena, an welche Zahl hast du gedacht? An welche Zahl hast du gedacht? Zwischen 1 und 5. Renner, ist das so schwer hier? Komm, den nimm bei Horst. Horst, an welche Zahl hast du gedacht? Zwischen 1 und 5. An die 5? Ja, für das nächste Kunststück brauchen wir 50 Cent. Moment, irgendjemand 50 Cent dabei, spontan. Hier, hey, da kramt jemand, das ist super. Hey, vielen Dank. Okay, Magic. Passt auch. Die große 50 Cent. Verschwunden. Ja, vielen Dank. Komm, wir machen das wieder gut. Komm mal auf die Bühne. Wie ist dein Name? Lukas. Lukas. Was ein Zufall. Mein Bruder heißt Klaus. Lukas. Lukas, komm, stell dich hier, komm, stell dich in den Zacken hier rüber. Genau. Ein bisschen, ein bisschen in die Mitte, genau, auf die Falltür. Perfekt. Lukas, ähm, sag mal, bist du nervös ein bisschen? Ja. Brauchst du nicht sein, Lukas. Brauchst du nicht, komm, ganz locker küssen, Massage. Lukas, wir zeigen dir, was zum Runterkommen, zum richtigen Zurücklehnen. Ja, und zwar zeigen wir dir eine Illusion. Die Siegfried und Joy Wurmillusion. Wow. Ja. Absolute Ruhe, bitte. Fokus. Ja. Das war die Siegfried und Joy Wurmillusion. Vielen Dank. Danke. Haltet euch zurück. Wahnsinn, Lena, hä? Lukas, äh, mal ganz unter uns, hast du schon mal gezaubert? Nein. Nein. Willst du mal zaubern? Ja! Ja, genau, okay, was ein Zufall. Wir haben was vorbereitet. Wir machen dich, Lukas, jetzt hier zum Star. Ja, du wirst gleich mit uns auf der Bühne zaubern. Wir werden gemeinsam diese Weinflasche verschwinden lassen. Nicht, wie ihr denkt, nein. Nicht, wie ihr denkt. In jeden Becher, huuuh, kommt ein bisschen. Lukas, weißt du, wie man den Trick auch nennt? Three guys, three cups. Lukas, ein Becher ist für dich. Darf ich Magic Lukas sagen? Ja, bitte doch. Okay. Ja. Magic Lukas. Es ist ganz einfach, wir haben drei Becher, die kommen auf den Kopf, oben drauf gestellt. Und du musst jetzt einfach zuhören und uns gleich nachmachen. Lukas, gleich, im richtigen Moment. Moment, du weißt, wenn der Moment kommt, dann rennst du nach vorne am Bühnenrand, machst du die magische Geste und wenn du die Geste machst, dann dreht das Publikum durch. Die rasten völlig aus. Lukas, so einfach ist das. Okay. Alles klar. Lukas, das Wichtigste ist, du musst uns vertrauen. Und Lukas. Lukas, the stage is yours. Lukas, es hat funktioniert. Wahnsinn. Der Wein ist verschwunden. Und Lukas, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist den Becher über unseren Kopf so langsam umdrehen. Lukas, do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Lukas, du bekommst ihm Siegfried und Joy Fan-Flubi. Und damit das mit deiner magischen Karriere weitergeht, kriegst du noch den Original. Siegfried und Joy, Zauberstab. Ja. Lukas, das ist dein Applaus. Vielen Dank, Lukas. Yeah. Okay. Okay. Super. Ähm. Lukas. Lukas, eine Sache noch. Vermisst du irgendwas? Nee. Okay. Passt das nächste Mal ein bisschen besser drauf auf, ja? Okay. Haben wir noch ganz kurz? Haben wir noch eine Minute? Ja, ganz kurz. Ganz Sekunden. Wir haben noch einen Klick. Okay. Wir machen noch eine mentale Nummer, okay? Eine mentale Nummer. Joy wird euch jetzt einen Gedanken per Telepathie schicken ins Publikum. Alles, was er braucht, ist... Mein Orakel. Oh ja. Wow. Oh ja. Es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert. Horst, sei ganz ehrlich, ganz ehrlich, bitte. Ist eine Live-Show. Ja oder nein? Hast du irgendeine Ahnung, welches Wort Joy dir geschickt hat? Nein. Nein. Richtig! Yeah! Es funktioniert. Ja, es ist richtig. Danke. Oh danke. Das ist Siegfried. Das ist Joy. Und wir waren Siegfried und Joy. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Siegfried und Joy. Danke.